Liebe Kunden, ich möchte Sie herzlich einladen, teilzunehmen an unserer e-cademy Webinar-Reihe zum Thema Solaris Laden. Wir haben verschiedene Veranstaltungen geplant. Wir machen einen Auftakt mit dem Stand der Technik, dann sprechen wir über Sonic, unser Energiemanagementsystem und welche Lademodis es kann. Wir haben unsere Hersteller mit dabei, die zeigen, was sie drauf haben und wir machen einen Abschluss mit Solaris Laden im Gewerbe. Buchen Sie Ihre Veranstaltung über unseren Webshop. Wir freuen uns auf Sie!